Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Wind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,9 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohaus Ködler. Stikal